Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 60.700 US-Dollar. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Es hat sich seit gestern wirklich gar nichts geändert, also zumindest im Kryptomarkt. Wir hatten eins oder zwei neue Trades, die wir eingegangen sind. Da werden wir auf jeden Fall im Laufe des heutigen Videos eingehen. Es wird aber jetzt ein kurzes, knappes Update. Was ist so das Wichtigste, was ist passiert? Was können wir im Endeffekt jetzt noch erwarten? Man muss aber auch dazu sagen, es ist Freitag. Ihr wisst, ich gehe Freitag ungern in Trades irgendwie rein, weil am Wochenende oft manipuliert wird. Trotzdem werden wir uns natürlich alles Übliche anschauen, was es so gibt. Wir werden auf die Forex-Märkte gucken, wir werden auf Gold gucken und natürlich auch auf Krypto. Deswegen bleibt auf jeden Fall schon mal bis zum Ende dran. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch eine Börse zum Traden sucht und mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne den Link von BingX nehmen unten in der Videobeschreibung. Dort kriegt ihr auch wieder ordentlich Boni. Und wenn ihr eure User-ID unten in die Kommentare schreibt bzw. in Telegram, nehmt ihr wie immer am Gewinnspiel teil. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 60.700 US-Dollar. Wir haben kaum Bewegung. Ich weiß es nicht, wie oft ich jetzt dieses Parameter hier oder unseren möglichen Kursverlauf jetzt schon verschoben habe. Ich schiebe es mal noch ein bisschen weiter rüber, weil man weiß ja nie die nächsten Tage. Wir sind weiterhin in unserem Triangle gefangen, ohne wirkliches Ausbruchspotenzial. Wenn wir uns das mal auf einen 1-Stunden-Timeframe angucken, sehen wir volumentechnisch keine großen Ausreißer nach oben oder unten. Das Einzige, was wir vielleicht mal anpassen müssten, wäre vielleicht hier noch so die Hochpunkte. Aber dann wird es meiner Meinung nach nicht mehr wirklich passen. Deswegen, wir lassen das mal so. Wir hatten zwei kleinere Fake-Outs. Auch wenn dieses Triangle nicht wirklich hier zu 100% passt, würde ich es trotzdem gerne drin lassen, weil die Widerstandsmarken trotzdem etwas mehr zählen. Ansonsten nach unten hin hätten wir Support bei 59.100 US-Soll. Das wäre so die erste kleine Stelle noch im Laufe des Tages, wo wir nochmal runtergehen könnten. Aber dann sollte früher oder später hier aber langsam mal ein kleines Breakout entweder nach oben oder nach unten kommen. Für mich persönlich wäre weiterhin die beste Variante. Wir gehen erst nach oben, holen uns die ganzen Shorter, die hier oben noch liegen. Wir haben hier oben nämlich noch die Ineffizienz, diese Hochpunkte. Die sind schon interessant, die Marke von 65.000 US-Dollar, weil da oben einfach deutlich mehr Liquidität liegt. Wir können uns nochmal ganz kurz die Funding Rates angucken, ob sich da vielleicht nochmal irgendwas geändert hat, ob jetzt wieder mehr Leute long sind. Aber ihr seht schon selber, die sind minimal nach oben hin korrigiert worden. Das heißt, es sind ein bisschen mehr Leute long mittlerweile. Das würde auch eher dann zu meinem Szenario passen, dass wir hier wirklich oben erst die Shorter rausspülen aus dem Markt und dann eben nochmal diesen größeren Abverkauf sehen. Wo es sich dann nochmal lohnen könnte, Altcoins und auch BTC einzukaufen. Ich bleibe jetzt erstmal dabei. Ansonsten Variante B wäre, wir würden erst runtergehen und dann hoch und dann nochmal komplett tiefer. Wäre jetzt nicht die beste Variante, bin ich ehrlich, gegenüber euch. Ansonsten wenig geändert. Wir müssen uns jetzt da nicht weiter aufhalten. Ethereum noch schlimmer, noch weniger Bewegung. Absolute Seitwärtsphase. Der Markt ist im Kryptomarkt momentan absolut tot. Was man aber sagen muss, ein paar Altcoins ziehen so langsam aber sicher wieder an. Nachdem ich gestern so gesagt habe, okay, Bitcoin Dominance steigt, wir sehen hier einen leichten Abfall der Bitcoin Dominance und wir sehen die Altcoins etwas mehr grün, nachdem sich bei Bitcoin aber auch bei Ethereum nichts bewegt, ist das nicht sonderlich verwunderlich. Also Altcoins diesen würde ich noch nicht behaupten, aber die Altcoins erholen sich langsam mal so ein bisschen von ihren Tiefständen. Vor allem so Kurse wie Polkadot oder sowas oder wie Chainlink. Die haben schon ordentlich gelitten, aber mittlerweile auch wieder ordentlich gut angezogen. Vor allem Matic seit dem Kauf aus unserer Box 50% im Plus. Denkt dran, auch mal Profite zu nehmen. Ist mir ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle. Schauen wir rüber zu unserem DXY. Der hat sich gut gehalten, muss ich ehrlicherweise sagen. Also nachdem wir ja hier gestern noch drüber gesprochen haben, warum ist das verschoben? Dass wir uns die Ineffizienz hier unten noch holen könnten, beziehungsweise hier jetzt mal einen Reversal erwarten. Hatten wir unsere kleine Erholungsrallye. Wir haben kein höheres Hoch hier bekommen. Wir sind hier genau an dem letzten 1-Stunden-Hochpunkt zurückgewiesen worden. Gleiches Spiel auf dem 4-Stunden-Timeframe. Das heißt für uns, beziehungsweise könnte für uns jetzt erst einmal heißen, dass wir uns noch diese Ineffizienz, die immer noch nicht gefüllt ist, auf 1-Stunden- und 4-Stunden-Timeframe hier unten bei 100, dass wir uns die noch holen mit einem doppelten Boden und dann das Reversal nach oben hinkriegen. Das wiederum hat aber gestern schon dazu geführt, und jetzt kommen wir zu unserem ersten Trade, dass Gold unseren ersten Take-Profit erreicht hat. Wir sind ins Golden Pocket hier reingekommen. Sehr, sehr geil. Also auch hier jetzt endlich mal Erfolg, auch wenn es ein bisschen ein paar Tage gedauert hat. Und ja gut, Gold könnte jetzt noch mal ein bisschen anziehen, aber wie gesagt, wir hatten ja hier 2 Entries. Das heißt, der Entry müsste hier irgendwo in diesem Bereich sein. Ich würde den Stop-Loss jetzt mal hier über diese 1-Stunden, über diese 4-Stunden-Supply-Zone hier bei 2.500, oder 10 einfach reinschieben. Wem das zu viel ist, das kannst du auch auf Stop-Loss-Entry machen, wie ihr Bock habt. Ansonsten erster Take-Profit getriggert. Sollten wir nämlich dann das Reversal beim Dollar bekommen, bleibt unser Plan hier bestehen, dass wir Gold hier weiter auf jeden Fall nach unten hin runter shorten werden. DAX wiederum, keine Veränderung. Wir triggern hier auch noch ein bisschen einfach oder dödeln hier noch ein bisschen rum. Keine Veränderung. Auch hier brauchen wir nicht näher darauf eingehen. Euro gegenüber dem US-Dollar. Da habe ich gestern ja schon in die Telegram-Gruppe reingeschrieben, wer sich das gelesen hat. Also da, wie gesagt, ich poste da immer alles rein, auch das mit unserem Gold-Trade-Update, dass wir hier zumindest, oder hätte ich gerne noch, diesen Hochpunkt hier abgeholt. Klar, wir haben die Ineffizienz gefüllt bei 1.17. Alles schön und gut, aber ich würde hier trotzdem gerne noch diese 2 Hochpunkte, auch weil wir gestern nochmal so einen kleinen Wiki hinterlassen haben, plus wir haben noch den Pivot R3. Das würde zu unserem Szenario passen, dass wir hier unseren doppelten Boden beim DXY kriegen und dahin gehen dann einfach beim Euro gegenüber dem US-Dollar einfach hier nochmal diese Erholung sehen und dann können wir hier oben auch short gehen. Ob das heute noch im Laufe des Tages passieren wird, wird sich zeigen. Ansonsten wahrscheinlich dann eher am Montag und ansonsten die restlichen Märkte gilt es momentan meiner Meinung nach nicht zu beachten. Ihr seht, kurzes, knackiges Update, so mit dem Wichtigsten, was passiert ist, mögliche Take-Profits. Wir müssen bei Bitcoin und Ethereum einfach warten, in welche Richtung es jetzt geht. Wir werden jetzt nicht hier mitten im Nirgendwo einfach sagen, ja, wir gehen jetzt mal short, wir gehen jetzt mal long. Finger davon, abwarten. Krypto oder beziehungsweise Trading ist auch 80% warten. 10% in Trades reingehen, 10% in Trades rausgehen oder Profite nehmen und 80% warten. Man muss nicht stündlich in neue Trades gehen. Lieber ein bisschen warten, dafür safere Trades mit angepassten Take-Profits. War mir nur nochmal ganz wichtig, ansonsten würde ich schon mal sagen, später kommt noch ein kleines XRP-Update-Video, weil es mal wieder Freitag ist und ich Bock da drauf habe. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen, entspannten Tag. Lasst es euch gut gehen, schön starten ins Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join und wir hören uns dann wahrscheinlich erst wieder am Dienstag. Ansonsten lasse ich euch in der Telegram-Gruppe natürlich ein paar Updates da. So, das war es von mir. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.